Moin, ich bin's wieder, euer Fertistyle. Heute zeige ich euch einen kleinen Badge Obvuscator, wenn man das so nennen kann. Und zwar geht man hier halt zuerst auf diese Domain, dann klickt man hier auf Badge, dann kann man hier den Badge-Code rein kopieren. Ich habe jetzt hier eine kleine Badge-Datei. Hier, das kopieren wir dann jetzt hier einfach mal rein. Klicken auf Download Obvuscator Code und dann wird hier schon etwas heruntergeladen. So, jetzt hier mal kurz rein. Und das wird dann jetzt halt so aussehen. Genau. Also es wird halt jetzt, wurde jetzt halt dieser Code hier jetzt in ganz vielen Variablen hier reingespeichert und dann wird das halt hier auch rausgeführt. Das können wir dann jetzt mal öffnen. Erstmal hier diesen, diese normale Badge-Datei. Ja, keine Ahnung. Kann man was reinschreiben. Und wenn man das öffnet, passiert dann auch das gleiche. Halt nur mit diesem Code hier. Und daraus kann man halt auch gar nichts auslösen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Bis zum nächsten Video. Ciao.